Und dann schau ich wieder willkommen zu einer kleinen Runde des Survival Games und es war heute auf der Map Survival Games 7. Und dann geht's auch schon los und oh mein Gott, ich renge schnell in die Mitte. Ich hoffe mal, wir kriegen hier ein paar Kisten jetzt. Oh, ein, zwei und okay, die letzte haben wir nicht mehr gekriegt. So, wenn jetzt da hinten nicht jemand direkt rumläuft und zu dem Haus dort rennt, dann könnte ich, äh, wirklich echt gute Chancen jetzt. Der Server ist ein bisschen verbuggt. In der letzten Zeit, man kann keine Doppelkisten mehr öffnen. Ich, ich würde mal sagen, ich renne da hinten in dieses andere Haus da rein. Aber guck mal, hier kriegst du dann nix mehr. Das geht einfach nix mehr auf hier. Und da drüben sind auch nicht mehr so viele. Also es ist gar nicht mehr so krass, die Route, weil es einfach verbuggt ist. Irgendwann im Shader sehe ich echt nichts. Das ist ja ganz katastrophal. Da ist ein YouTuber hier drin. Der Elite LP Gaming. Wir machen uns auf den Weg zurück zum Spawn. Und dann schauen wir mal, ob wir dort irgendwas finden. Oh Gott, da ist jemand mit voller Eisenrüstung. Vier Minuten ist die Runde schon lang. Krass, 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 krass. Das waren noch Zeiten, als die Runde noch nicht vier Minuten lang war. Hier, ich suche gerade irgendjemanden, weil... Oh, oh, schaut mal. Alter, was macht der Typ? Der läuft irgendwie so richtig langsam. Okay, das war sein Ende. Das war sein Ende, auf jeden Fall. So, okay, der ist down. Da oben war direkt noch jemand. War ein harter Kampf, aber ich habe ihn gewonnen. Noob. Noob, noob, noob. Mit zwei B. Ja, ich bin Noob, ja. Auf jeden Fall. Der schreibt schon, aha. Da denke ich, oh Gott, was ist das für ein gespürter Typ? Da kann jemand Noob schreiben. Irgendwoher kenne ich dich. Mich? Vielleicht kennt er mich hier, ne? Vielleicht. Vielleicht kenne ich die YouTuber hier. Hä? Kannte ich den irgendwo mal? Ich weiß nicht. Das ist ein volles Klassentreffen jetzt hier. Ja, äh, komm mal. Bin YouTuber. Nehme auch gerade auf. Oh Mann, meine Fresse. Ich bin hier echt am chatten wie Noobas. Freunde, da ist jemand. Der ist im Haus. Okay. Perfekt. Oh, er brennt. Er brennt. Und? Er ist... Er ist tot. Perfekt. Gut, gut, gut. Das war gut gemacht. Da würde ich aber nichts sagen. Da respekt er mich selbst. Und die kann ich mir mal aufsammeln. Leckt der Server? Kann es sein, dass der Server leckt? Hallo? Ich kann die Sachen nicht mehr aufsammeln. Das ist doch scheiße hier. Euer Ernst.